Moin, hallo und willkommen zurück zu Study Valley. Ich hab Horst von Linus. Hallo mein Freund, äh, Mountaindeck, äh, was? Achso, der Mountaindeck war dir freundlich gesinnt in letzter Zeit und deswegen hast du mir ein bisschen was von deiner, äh, äh, guten, von deinem Glück sozusagen mitgegeben. Ein, ein Latschmuss, Horst. Okay, ein Fisch hatte ich. Vielen Dankeschön, Linus. Aber ich, ähm, obwohl, den könnte ich noch verarbeiten. Warte mal, den pack ich da hinten rein. Weihnachtsdekoration ist hier auch noch verstaut, dann pack ich einfach den Frühstück dazu. So, warte mal, das ist noch ein Entner, das gehört hier gar nicht rein. Warum hab ich euch hier drin? Bären. Achso, zum Einleben wahrscheinlich, ne, holen wir mal. Den da rein, das hier raus. Zu da raus. Da rein. Und hin und her, das hast du nicht gesehen. Und ne, ne, ne. Das kann weg, das Ei kann hier rein. Ich weiß gar nicht, warum ich das noch nicht reingepackt habe. Ihr beiden könnt hier rein. Dann pack ich euch beide, wenn wir euch schon haben, hier rein. Ich hab gerade gesehen, da ist noch was, die sich einzeln kann. Die nehme ich auch noch mit. Oh, ich geh jetzt zu Pierre nochmal und hol nochmal Passivzeiten. Ah, hier ist das nicht so schlimm. Die nehme ich auch noch mit. Ist auch nicht schlecht, dass man jetzt täglich ihr Regium kriegt. Auch ganz angenehm. So. Dann bräuchte ich da nämlich nicht mehr in die Wien gehen. Jetzt müssen wir noch drei sind, aber naja. Das soll sich mal ein bisschen wachsen, vielleicht geht's ja noch ein bisschen besser. Morgen. Ein bisschen Frühstück muss sein. Guck mal. Frühstück, 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 Frühstück. Ich hab schon geflüchtet. Jetzt war hier nichts, alles leer. Äh, nein. Knudeln. Nudeln. Schuko. Schuko hab ich schon geflüchtet. Okay, dann knuddel ich dich. Und dich. Mach's gut. So, jetzt muss ich hier nochmal hin. Und morgen. Einmal gucken, knudeln. Nein, das habe ich jetzt nicht erst. Knuddel, knuddel. So, und jetzt muss ich ein bisschen, äh, ein bisschen Milch herdich werden. Dankeschön. Ihr habt noch keine Milch mehr? Ihr habt keine Milch mehr, weil ich gestern gemorben habe. Nein. Ich wollte noch sicher gehen. Ich wollte mehr als sicher gehen. Macht's gut. Bis später. Das Wetter ist echt mies hier. So, den Kram kann ich auch noch wegräumen. Dann, äh, es wächst ja langsam. Es geht ja langsam. Heute ist Donnerstag, kann ich heute auf jeden Fall zu Pär gehen. Die Milch kann ich auch noch verarbeiten. Äh, nein, trinken will ich hier jetzt nicht. Ja. Überverarbeiten. So, ähm, kann ich hier nochmal wegfüllen? Ja, kann ich. Sehr gut. Die Eier packe ich hier rein. Die kann ich noch verarbeiten. Jetzt erstmal Aufzug. Yeah. Ohne mir noch ein bisschen mehr Seeds hier. Dann kann ich nämlich noch mehr anpflanzen. Und dann kriege ich noch ein bisschen mehr Morgenkäme. Und dann kriege ich das hoffentlich hin hier. Ein bisschen was kann noch gepflanzt werden. Ich will ja schließlich noch ein bisschen was fertig gebaut kriegen. Ach, zu Rommel muss ich auch noch. Was gibt's denn hier? Neu in Auftrag? Äh, Purple Mushroom. Purple Mushroom muss ich jetzt mal finden. Nee, das wird nichts. Doch, da habe ich. Tut mir leid. Purple Mushroom habe ich leider. Das ist ja selten. Morgenkäme. Ich hätte gerne noch ein paar Seeds, was ich zu geben. Ähm, Parsley nehme ich mal mit. Ich nehme mal 20 Stück. Äh, Bohnen. Ja, weiß ich nicht. Ach komm, ich nehme jetzt hier ein Stück mit. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die einplanen kann. Wir müssen mal gucken. Blumenkohl. Kartoffeln habe ich noch gar nicht, glaube ich, ne? Ich weiß jetzt gar nicht. Ich nehme hier auch mal 20 mit. Ähm, Pale. 20. Ich brauche wahrscheinlich nicht so viel, aber ist ja egal. Garlic habe ich noch. Jazz nehme ich noch mal mit. 10 Stück. Okay. 20. Tulip kann ich auch noch mitnehmen. 20. Das sollte eigentlich reichen, dann. Oh. Das war einer zu viel. Nein! Kann ich nicht zurücknehmen. Den Grasstarter nehme ich mir noch mit. Den pflanz ich da unten noch ein. Und den Rest lasse ich erstmal, ne? Ich kann den Flur, äh, dekorieren. Okay. 30.000 kostet mich der Katalog. Den hätte ich gerne. Ein Bäumchen. Ähm. Cherry habe ich. Aprikose habe ich. Orange müsste ich eigentlich haben. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Peach und Pomegranate habe ich nicht. Das sind natürlich 6.000. Das ist schon ein bisschen hardcore. Was ist für Sommer und das ist für Herbst. Dann heißt, ich müsste dich zuerst kaufen. Wow. 6.000. Ja, komm, wird gekauft. Ich will die Bäume auch in die Fünfte. Danke, Philipp, Pierre. Mach's gut. Den Rucksack muss ich mir ja nicht mehr kaufen. Mensch, den habe ich schon seit Ewigkeiten. Das war meine letzte hier eigentlich. Aber erstmal, erstmal will ich jetzt ein Pferd haben. Eine Stute. Eine weiße Stute. Und dann einen schwarzen Hengst. Sehr auch cool. Eine weiße Stute und einen schwarzen Hengst. Oder ungefähr. Ich weiß nicht. Wobei, könnten auch beides Stuten sein. Wäre auch okay. Wäre auch okay. Äh, jetzt habe ich keinen Platz mehr hier im Inventar. Das ist ja blöde. Ähm, ist egal. Ich pflanze den ganzen Kram. Das war da drüben. Warte mal, hier kann ich noch den Parsnit bereit machen. Hup, lass mich mal kurz durch. Ich danke. Den Parsnit pflanzen. Das ist alles gepflanzt hier. Okay, ja, das ist alles gepflanzt. Okay, dann, äh, auf geht's. Stupide Klopfarbeit. Kein Problem. Das kann sich nur noch eine Stunde handeln hier. So. Also guck, wie ich das mit den, ähm, mit den Bohnen mache hier, ne? Weil die muss ich so pflanzen, dass man da irgendwie drankommt. Sonst wird das, sonst wird das nicht so blöd. Das wollte ich jetzt nicht. Jetzt habe ich den Springlater kaputt gemacht. Nein! Warte, springl da wieder hin. So. Und jetzt zurück an die Arbeit. Ähm, jetzt. Zack, zack, zack. Der Baum ist ein bisschen gestört, muss ich zugeben hier. Aber, das geht schon. Kriege ich hin. Einmal ringsherum habe ich. So. Dann kriege ich das hier nicht noch alles fertig. Das wird auch nochmal als Arsch. Einen Glück muss ich das nicht mehr gießen, wenn ich das jetzt noch... Wenn ich jetzt hier noch gießen müsste, dann würde ich hier nachher Arme auflaufen. Ach, jetzt kriege ich es nicht kaputt, aber... Du gehst hier hin. So. Zack und zack und zack. Kommen die Reihen noch jetzt... Dann war das auch gleich fertig. Ich bin echt überlegt, wo ich die Bohnen noch hinpflanze. Dass die irgendwie so pflanzen, dass die nicht, ähm, nicht im Weg stehen, wie gesagt. Oh, ich habe sogar noch was gekriegt jetzt, okay. So. Das ist aber auch ein mieses Wetter heute, muss ich sagen, hier. Okay. Nameansprache und Felder sind gestellt. Das wäre doch schon mal gut. Dann pflanze ich jetzt einfach hier, komm, alles ist mal nach unten. Zack. Zack, zack, zack. Einfach ran hier. So. Das Problem ist, ich muss hier irgendwie mit den Bohnen noch klarkommen. Die Bohnen mache ich, glaube ich, in die Mitte, oder? Warte mal, wollen wir die denn? Äh, Bohnenverstarter. Die setze ich mal, dass ich hier durchlaufen kann, ne? Naja, muss ich hier hinsetzen. Ah, das passt ja nicht, aber da kann ich durchlaufen, das ist okay. Kumpul, auch nicht schlecht. Was habe ich denn noch alles hier rumfliegen? Äh, Kartoffeln. Kartoschkas. So. Wie komme ich jetzt eigentlich darauf? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Kartoffeln. Ich könnte schon wieder Kartoffelskoree machen, das wäre auch lecker. Hm, Kartoffelskoree. Ich noch ein paar Blümchen. Ich muss noch ein bisschen Galik pflanzen, ne? Sonst geben wir erstmal ein paar Blümchen hier. So. Und da noch was hin. Hm, warte mal, wie lange brauchen die denn? Die brauchen sechs Tage, die brauchen sieben Tage. Egal, da fange ich das jetzt hier noch. Dann hat sich gereicht, das Feld, ne? Alles voll jetzt hier, aber... Egal. Bisschen was geschafft. Dann packe ich die erstmal weg hier. Die müssen sich noch alle verbrauchen, dann bei Gelegenheit. Zwei Eier hätte ich gerne noch. Äh, die da. Die sehen gut aus, ja. Dann tauschen nochmal. Und euch nehm ich da noch raus. So, dann kann das nicht weggehen. Das kann da noch rein. Gras für Starter. Und den Baum noch einpflanzen. Das Wurmen wollte ich auch noch, verdammt. Den Baum muss ich da hier einpflanzen. Ich muss jetzt mal zu Robin, dann schnell. So ist das von der Zeit her klappt. Äh, das brauche ich. Steine brauche ich. Holz brauche ich. Ich weiß nicht, Holz brauche ich. Ich nehm einfach alles kurz. Das ist schnell zu Robin. Okay, hab alles dabei. Eisen brauche ich. Siehst du, das brauche ich. Dann schnell hier rüber. Auch fünf Eisen waren das, ne? Ich glaube ja. Oh je, die Zeit rennt schon wieder. Oh, jetzt aber schnell. Wow. Fliegen, fliegen, fliegen. Ich muss jetzt noch zu Robin schaffen. Wir haben schon 20 vor. Die macht gleich Feierabend. Ich sehe, dass sie schon kommen. Schneller. Es ist nicht kurz zu spät, ne? Die macht jetzt Feierabend. 17 Uhr und dann Feierabend. Nein, das kommt davon, wenn ich die ganze Zeit auf dem Feld rumgurke hier und natürlich nicht auf der Seite 17 Uhr. Komm schon, Robin, bitte keinen Feierabend gemacht. Ich sehe Feierabend gemacht. Ich sehe das doch schon. Ich sehe das doch schon. Ich hab zu lange gebraucht. Ich brauche eine halbe Stunde hier hinten. Mann, 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 bin ich nahe. Robin! Robin hat gerade Feierabend gemacht. Okay, mach's gut, Robin. Na, toll. Ähm, dann eben am Freitag. Ist auch egal. Dann lass ich die Sachen gleich im Inventar. Ne, dann kann ich mir die Inventar anlassen. Wenn ich wieder die Eier einsammel und sowas, dann, äh, äh, hm. Das ist ja blöd. Dann pflanze ich jetzt eben den Baum da rein. Ist egal. Egal. So, der muss im Sommer muss ja ausgewachsen sein. Das heißt, ich muss ihn jetzt einpflanzen. Damit auch Früchte trägt. Ich frage, wo pflanze ich dich hin? Weil langsam ist ein bisschen Platz, Platz los hier. Da hin. Passt schon. Ne, ich muss den ganzen Kram wieder wegpacken. Na, ich packe es hier drüben rein. Dann kann ich es direkt mitnehmen. Aber erst nehme ich die Hälfte nur mit hier. Also, die Hälfte wieder zurück. So, ist gut. Es waren, glaube ich, noch fünf Eisen. Ich hoffe, es war nur fünf Eisen. Der Rest kommt dann alles hier drüben rein. Ich glaube, ich brauche nur Holz und Hartwurt, ne? Ich bin mir nicht sicher. Ja, wird schon hinahmen. Irgendwie wird es schon hinahmen. So. Dann schmeiße ich das jetzt mal alles wieder hier rein. Okay. Ich wollte mit letzter Zeit nicht noch früher beihaben, ne? Würde ich sagen. Jetzt, das würde ich gerne... Dann sind noch 20 Garlicks. Jetzt gehören die hier erstmal rein. Damit ich auch ja sehe, was hier noch angepflanzt werden muss. Ich spieze. Ich habe vergessen, dass wir Fertilizer da reinzulaufen. Oh, Mann. Das ist jetzt ein bisschen, äh, doof gelaufen, würde ich sagen. Ähm. Ich werde noch ein bisschen... Es kann ein bisschen Bäume einpflanzen, würde ich sagen, oder? Das könnte ich noch machen. Ich brauche nämlich noch eine Menge Holz. Ich muss mal schauen. Dann pflanze ich das hier noch ein. Oh, je. Das wird jetzt auch eine ganze Rüge hier, ne? An Bäumen nachher. Das ist überhaupt... Kann man hier was so dicht pflanzen? Sollte man hier was so dicht pflanzen? Ich weiß es nicht. Ich pflanze einfach mal alles ein jetzt hier. Das wird jetzt der... Nenn es sich. Der, ähm... Der Baumplatz wird das jetzt hier. Wahrscheinlich kann ich hier nachher ungefähr durchlaufen. Das Problem ist nur, es wird ewig dauern, bis die, glaube ich, groß geworden sind. 55 habe ich von denen hier noch. Ach du meine Güte. Wer soll denn das alles hier nachher abholzen? Ich glaube, genug Holz hätte ich dann, ne? Ob das alles ausgepastet ist, ich glaube schon. So, wenn das jetzt dann noch völlig die Klappen würde jetzt hier. So, zack, zack, zack. Das ist bald weg. Ich würde das gerne... Ne, ich muss es immer drücken. Schade. Ich hätte gedacht, ich kann es gedrückt halten, aber nein. Geht leider nicht. 55 Seeds. Ach du meine Güte. Der ganze Platz ist gleich voll hier. Das wäre auch ziemlich aufgefallen, muss ich sagen. Das war eine undurchdringliche Wand. Die Schleimhütte habe ich bisher auch noch nicht genutzt, muss ich es zugeben, aber mal gucken. So. Letzte Seeds. Und das war's. Mann, 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 das sind ganz vieles jetzt hier. Ach komm, ich nehme euch mal mit hier. Zack. Das ist sogar eine gute. Das ist schon besser geworden. Naja. Von der Korrektur her werden sie langsam edel. So, das nehme ich noch weg. Und ich nehme sie weg. Ich kann dich eigentlich gleich hier drüben einpflanzen. Warte mal. So. Ähm. Moment. Zack. Passt. Perfekt. Okay. Dann bin ich ab nach Hause. Den Kam kann ich noch wegräumen. Die Eier kann ich noch mal reinschmeißen, glaube ich. Die müssten jetzt auch fettig sein, die anderen. Passt schon. Oder? Jo. Passt schon. Gieß, sag ich doch. Was geht noch weg? Was geht noch zum Material? Zwei Eier hab ich hier noch. Zack, zack. Jawoll, ja. Jetzt noch mit rein. Wieder geschafft. Guter Arbeitstag. Geschafft. Ist voll skritt heute. Wieder viel geschafft. Schatz. Ah, schlackst du schon am Klappen. Leg ich mich auch mal hin. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder, würde ich sagen. Also macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao.